Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg am Samstag um 13 Uhr. Das ist das letzte Auswärtsspiel. Nach dem Ticketvorverkauf begleiten uns rund 550 SVE-Fans nach Nürnberg. Allerdings ist auch eine Tageskasse eingerichtet vor Ort. Ja Horst, nach dem erreichten Klassenerhalt ist es natürlich jetzt nochmal schön, zwei Spiele mitzunehmen im Saisonendsport, in denen man motiviert reingehen kann, aber auch befreit. Man hat glaube ich am Sonntag ja auch gesehen, dass die Mannschaft trotz des feststehenden Klassenerhalts Gas geben will und kann. Geht dir so auch das Spiel in Nürnberg an? Ja, genau so wollen wir es machen. Auch Auswärts zeigen, dass wir genauso fokussiert sind und konzentriert sind, ein Spiel gewinnen wollen, wenn es möglich ist, auch in Nürnberg gewinnen wollen. Das ist das Ziel für das Wochenende und die Jungs haben das ordentlich gemacht heute auch im Training. Gab es schon ziemlich Inhalte und auch eine hohe Aktivität insofern. Ja, sehe ich da auch keinen Anlass, irgendwas anderes zu sehen und wir freuen uns auf ein weiteres Spiel und wollen das auch gut machen. Man hat ja auch noch ein kleines bisschen vielleicht was gut zu machen. Im Hinspiel gab es eine knappe Niederlage. Ist auch der Gedanke da, okay, wollen wir jetzt nochmal zeigen, dass wir da anders auftreten können und wie sind auch deine Erinnerungen an das Hinspiel noch? Ja, das war bei den letzten drei Spielen doch so. Wir hatten vorher 24 Punkte. Irgendwie das Gefühl, wir schaffen jetzt auch noch den einen oder anderen Punkt. Das ist dann nicht gelungen und dementsprechend wurmt mich das schon im Nachgang immer noch. Und ja, wir wollen in Nürnberg eben auch zeigen, dass wir gegen Nürnberg Punkte holen können und das ist das Ziel für das Wochenende. Wir haben, wie gesagt, das Hinspiel noch im Kopf und wollen es besser machen. Ich weiß, dass es auch für Nürnberg noch um was geht. Insofern wird auch da eine Mannschaft uns erwarten, die wirklich alles dafür tun wird, um uns zu schlagen und wir müssen richtig dagegenhalten, um eben das zu schaffen, dass wir weiterhin punkten. Ihr seid jetzt zwar gerade erst ins Training wieder eingestiegen, aber du kannst vielleicht zumindest sagen, wie die Mannschaft aus dem Spiel rausgekommen ist. Ja, es ist so, dass, wie gesagt, ich heute schon wieder was abverlangt habe, dass die meisten, die angeschlagen waren, ob es Stuka Dürer, zwar Tore Jakobsen, Paul Stock, auch Semih, haben alles ordentlich verkraftet, sind gesund. Kevin Conrad ist noch fraglich. Ansonsten waren wir engagiert unterwegs und können eine Vielzahl von Spielern eben auch einsetzen und das ist ganz gut so. Dankeschön. Tatsächlich trotzdem nochmal herzlichen Glückwunsch, jetzt ganz offiziell auch zum Klassenerhalt. Verändert das tatsächlich gar nichts so in der Vorbereitung jetzt oder auch gezielt aufs Spiel, dass man sagt, okay, vielleicht willst du auch diese letzten beiden Spiele nutzen, Spielern Einsatzzeiten zu geben, die weniger in der Saison bekommen haben. Dann aber auf der anderen Seite, oh, Wettbewerbsverzerrung, Fragezeichen, also wie gehst du das so, diesen Spagat an? Weil tatsächlich ist es ja auch ein Moment, um zu sagen, verdienten Spielern vielleicht mal noch zwei, drei Minuten zu geben, weil ihr seid ja durchs. Ja, es ist erstmal so, dass es, glaube ich, gelungen war am letzten Wochenende mit dem Tor von Kevin Coffey. Das war es dann aber auch schon. Wir bereiten uns normal vor auf Nürnberg und da werden keine Geschenke verteilt. Es wird ganz normal sich vorbereitet auf das Spiel, wie vorher auch. Dementsprechend hat sich nicht ganz viel geändert. Hat man mit ein kleines bisschen Abstand, Montag, Dienstag, das ein bisschen besser sacken lassen können und wertschätzen können, was du und deine Mannschaft da erreicht hast, ganz persönlich? Ja, ich glaube, es wird erst dann richtig gelingen, wenn wir keine Arbeit haben, also wenn der Kopf wirklich komplett frei ist. Das wird nur im Urlaub so sein, jetzt mal wieder Nürnberg vorzubereiten und das tun wir dann genauso wie vorher. Montag, Dienstag war es schon auch so, dass die Gedanken da waren, Mensch, da ist was gelungen, da hat was geklappt. Auch mit dem Hertha-Spiel im Rücken eben zu sagen, Mensch, die Jungs haben einfach ein tolles Spiel nochmal gemacht. Auch wenn es hart um Kämpf war und Hertha zweimal den Ausgleich gemacht hat, waren wir einfach gut im Spiel, haben offensiv wieder gute Akzente setzen können, gute Chancen ausgespielt. Und dementsprechend war das eher so Montag, Dienstag, wo das bei mir richtig ankam, aber jetzt eben seit heute auch wieder nicht mehr. Wir wollen jetzt in Nürnberg eben eine fokussierte Leistung bringen und das erwarten die Spieler eben auch, dass sich das vorleben. Da musst du von mir trotzdem noch eine Frage aushalten, die noch einmal zurückgeht, weil wir tatsächlich in der Redaktion da standen und dann sagte jemand beiläufig, ach, war das erst vor zwei Jahren, dass sie in der Regionalliga gespielt haben? Kam der Gedanke dir gar nicht mehr so irgendwie in den letzten Tagen hoch? Nee, es war schon auch so die Drittligasaison, die war schon irgendwie so auch vorbei. Die Zweitligasaison ist auch präsent. Das ist schon so, dass ich sage, Mensch, da haben wir einige tolle Spiele hinbekommen, eben mit dem Hertha-Spiel im Rücken. Auch nochmal, das haben wir Mannschaften schlagen können, wo wir vorher nie gedacht haben, dass wir die mal in der Meisterschaft haben, sondern eher im Pokal. Das gab es schon, aber viel mehr war es auch nicht. Dann tatsächlich Nürnberg mit dem Gedanken, dass das Hinspiel schon angesprochen hat, aber was erwartet euch da für eine Mannschaft? Wie würdet ihr die gerne bespielen, damit das, was sich im Hinspiel gewohnt hat, jetzt vielleicht anders war? Ja, es wird nicht ganz leicht sein, weil da eben gerade auch ein bisschen Stress herrscht, vorauszusehen, wie der Kollege spielen wird. Der war auch sehr variabel immer wieder in seinem Spiel mit Aufstellung, mit Positionierung. Dementsprechend können wir nicht hundertprozentig sagen, was auf uns zukommen wird, aber wir wollen alles annehmen, was dann eben schnell zu realisieren ist, was der Gegner dann uns anbietet, wo wir darauf reagieren können und möglicherweise auch einen Nutzen daraus ziehen können. Das wollen wir wahrnehmen, aber Stand jetzt kann ich das nicht so gut vorbereiten, wie das vielleicht in dem einen oder anderen Spiel vorher so war. Sind denn alle, außer die Langzeitverletzten an Bord, du hast eben nur so kurz angerissen, aber da ich am Wochenende nicht der Herr war. Genau, es ist so, dass alle wieder einsatzfähig sind, auch die, die am Wochenende im Kader waren und wo ich das Gefühl habe, vielleicht ist ein Einsatz eben auch noch zu früh. Die werden diese Woche trainieren und dann sicherlich weiter sein als letzte Woche und dementsprechend gegen Nürnberg eine Option darstellen. Und wie gesagt, bei Kevin Conrad müssen wir mal sehen, wie sich seine Warenverletzungen die nächsten beiden Tage verhält. Und dann letzte Frage noch hier, schön, dass es so früh und vorzeitig durch ist und dann muss man immer ein bisschen was schreiben oder auch spekulieren und schauen, gehen die Personalien los. Geht es dir ein bisschen zu schnell, dass man über Fellauer, Schahin etc. spricht und sagt, oje, großer Umbruch erwartet die SVE, große Sorgen beim Trainer, was passiert da? Ne, also ich habe ein paar Informationen, welche Verträge auslaufen, welche Jungs Verträge haben und das sind meine Dinge. Natürlich planen wir auch im Hintergrund in erster Linie Ole mit David Blacher zusammen einen Kader. Und es gibt schon hin und wieder mal Hinweise, übrigens schau den Spieler mal an, also wir sind fleißig im Hintergrund am Arbeiten. Ich habe eher mit der Trainingsarbeit zu tun und Spekulationen, wer uns verlassen wird. Das habe ich bisher nicht gemacht, dass ich mich daran beteilige und werde das auch jetzt nicht tun. Ich gehe davon aus, dass wir wieder eine tolle Mannschaft zusammen bekommen. Und da jetzt final feststeht, dass wir in der Liga bleiben, ist es sicherlich etwas konkreter und einfacher, auch dann Spieler zu verpflichten und weiter zu verpflichten möglicherweise auch. Und dementsprechend hoffe ich, dass der ein oder andere Transfer uns gut gelingen mag und der ein oder andere Spieler, der gut ist, auch hier bleibt. Dann Fassanfragen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Kommen bis am Samstag in Nürnberg. Dann Fassanfragen.